Wir haben bereits 1991 unseren Betrieb auf biologische Landwirtschaft umgestellt, weil es für uns eine logische Konsequenz war. Mein Vater hat damals eigentlich erkannt, dass für uns die Änderungen nur sehr gering sind und wir haben immer schon sehr extensiv auf unserem Hof gearbeitet. Dann lag es direkt στην Stimme des Methoderes Einrichtungs으니까 pink. 1,5ilo-1ilo-5ilo-2ilo Ver teenager baut die nhà haben, abrupt in derкіsten